Ich darf Ihnen nochmals begrüssen, unsere Wundertätige Kapelle am Gestein. Maria bretelt die Hände aus und will uns entgegenkommen. Wir haben hier die Tradition im Mai und im Oktober Eucharistie zu feiern und das ist leider nicht möglich. Trotzdem möchte ich auch Gero ein Lied singen. Ein Lied, das uns trinkt, dass er hier zur Müttergottes immer wieder kommt. Zur Müttergottes kommen wir, ich bitte anvertrauen wir dir. Aber heute ist ein Dank für dein Gebet, was wir oft schon erlebt haben. Du die Müttergottes hier im Gestein, du lassest in der Not nie allein. Philippa Musik Wenn wir hier beten, dann kommst du uns, dann kommst du uns, dann kommst du uns deine Hilfe gar nie. Du, die Mutter Gottes, hier im Gestein, lass uns keinen einzigen Tag allein. Wenn jemand in der Familie krank sollte sein oder Sorgen hat, mal groß, mal klein, dann findet ihr beide der Weg hier arm. Wie ein Gnadeort ist das hier für Paar, du, die Mutter Gottes, hier im Gestein, lass uns in der Bodie allein. Herr Isch und André, die wir hier abtun, dass du der Sturm vom Labo, die ich glattu. Wir gehen am Gebat, mein frohes Herz, weil du sie Seel freisch Himmel warst. Du, die Mutter Gottes, hier im Gestein, wir sind so froh, dass wir dich heim. Die Mutter Gottes, hier im Gestein, sie bittet für uns, sie nimmt uns an der Hand und führt uns zu Gott. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Traum und gebenedeit ist die Brucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und die Führsprache von Maria sagt nicht er, alle, die ihr Herz tragen. Es sagt nicht er mit seiner Gegenwart, der Gott, der Maria euch als Gläubenschwester, als Himmelsmütter an die Seite stellt. Dass wir mit ihrer sicheren Weg zu ihm finden. Es sagt nicht er, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist.